Direkt eine Senna geklaut. Was haben wir denn? Erde. Berg. Mal versuchen auf Berg zu gehen. Zwei Licht. Zwei Licht. Ah, Chex ist auch Licht, ne? Zwei Licht. Zwei Licht. Zwei Licht. Zwei Licht. Wir können versuchen in Richtung Licht zu gehen. Kann ich mal gucken, was die anderen machen. Zwei Licht. Zwei Licht. Zwei Licht. Zwei Licht. Ich brauch sie jetzt quasi nicht, ne? Ich brauch sie eigentlich nicht heilen. Wenn du einfach nur tot bist, kannst du dich glücklich schätzen. Das ist alles noch nicht so prall. Wenn Asus auf 2 bekämen würden und Vayne, das wäre schon nice. Ah, mit seinem scheiß Schild, ne? So strong. Ah, die ist schon auf Level 2. Okay, das gehört einiges. Das gehört einiges. Hm. Berg und Magier. Da war Senna eigentlich ganz geil. Oh, und 2 auf Vladimir. Okay. Ah, ich verkauf Senna mal. Das ist lieber Wayne. Hm, da wäre noch ne Senna. Okay. 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 Queeriana habe ich jetzt hier, oder? Und die Kombi halt nicht so... ...Berg und Assassine. Oh Gott, gegen den komme ich auf keinen Fall an. Dann raus raus. ... ... ... ... ... Wär ja halt Magier, ne? Dann so machen. Ich hab ja ziemlich viel Ocean, vielleicht wechsle ich noch. Und dann noch Nautilus. Der geht nicht auf Ocean. Mal gucken mal. Ollega. Auf Ocean. Der geht nicht auf Ocean. Der geht nicht auf Ocean. Der geht nicht auf Ocean Ocean Ocean. Ich glaube, ich switche auf Ocean. Ich erlöse sie von ihrem Schmerz. Ich erlöse sie. 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 Natürlich geil. Aber den verkaufen wir auch gleich, wenn wir unser Team auf 2 haben. Ich erlöse sie. 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 Jäger Ocean. Was hat er denn? Ich erlöse sie. Oh. Beschwörer. Ja. Ja. Nimm den Carry-R-R-Hauss. Sehr gut. So, jetzt gehe ich erstmal hoch im Level. English Rollen, oder? Ich bin noch nicht ein von auf Level 2. Wenn ich unter 60 falle, roll ich. Ich roll ich. Zumindest mal bis hier die Mains 2 sind. Amundo auf 2 ist schon übel. Schade, der Ulti hätte noch durchgehen können. Da hätte ich vielleicht noch Silvia mitgenommen. Ähm. So. Mal. 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 Mhm. Mal. 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 Dann geben wir das Item unserem Carry, äh, unserem Tank. Oh, ich hab vergessen. Das ist schlimm, glaub ich. Noch ist das nicht so tragisch, noch bin ich relativ weit oben. Wir gehen noch einen hoch. Wächter. Ist halt schon nice, ne? Wenn wir den reinmachen würden, hätten wir noch einen Wächter. Gehen wir noch ein Level hoch und dann haben wir noch Magier. Das ist zumindest mal jetzt unser Plan. Und Weiger. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne. Und wir gehen noch. So. Schatten. Okay, meine Kombi ist eigentlich relativ okay. Ich könnte sogar noch ein Level hochgehen, oder? Genau, ein Level hoch, auf 8 gehen wir auf jeden Fall. Oh, Inferno, das wird jetzt Inferno Beschwörer. Aber ich nehme halt direkt zwei Heroes am Anfang raus, das ist ganz gut. Nice, nice. Gute Kombi. Gehen auf jeden Fall noch hoch. Hoch, hoch, hoch. Auf Schatten geht halt auch keiner, ne? Mal Licht Berserker. Ja, die Clown ist so ein bisschen gegenseitig alles. Trained auf 2, ist ein guter Carry auf jeden Fall. Hm, mein Nautilus, der muss halt noch auf 2. Ich brauche einen Carry. Hm, feiger. Der blöd ist. Ne, ich klau mir ne Träne. Wenn ich krieg ne Träne. Auch Magie Schaden. Für meinen Mage. Hi, hi. Gut geht's mir. Und selbst? Frohe Weihnachten übrigens. So. So. So, noch eine Runde. Weiger reinmachen. So. So, noch eine zweite Nasus. So. Kein Mystiker. Und ne Jenner reinmachen. Bringt mir aber noch nix so wirklich was. Kann man Sintra als Carry spielen? Meine, die macht ja schon ekelhaften Schaden. Okay. So, Mäge. Oh, da sinkt halt rein. Okay, was zum Teil hat da gerade so viel Schaden gemacht. Hm, ein Zweier-Gender wäre natürlich auch geil, ne? Den holen wir uns. Die Frage, will ich den auf Stufe 2, 3 haben? Er wäre auch ein Bächter. So viele Möglichkeiten. Wir bleiben erstmal auf dem Setup drauf. So. Wenn ich ihn hier raus mache, was habe ich dann? Gar keine Einbußen. Ich lasse ihn aber noch drin, der macht halt noch Schaden, ne? Sieht noch momentan ganz gut aus, muss ich sagen. Ich rieche den Tod. Wir brauchen auf jeden Fall Jenna rein. Dann verkaufen wir Wayne. Ich kriege dann Sintra. Dörster. Ich gebe ihm ein Blatt Dörster, dann kann er sich ein bisschen regenerieren. So. So. Wie finde ich das? Hm? Tja, ich weigere noch auf 3 kriegen, das wäre ja schon Bombe. Alpha 3, äh 2, dann kriegen wir Weiger auf 3, oder sollen wir lieber im Level hochgehen? Ich meine, noch läuft's ja, ne? Wie viel Geld brauche ich, um noch eine Stufe höher zu gehen? Echt lohnt sich das auch gar nicht. Das doch. Ähm. Mist, ich wollte den hier eigentlich haben. Shit. 56 bis Stufe 9, bringt mir das was? Okay. Okay. Ah, stronger Kombi. Aber nicht strong genug. Der Tod ist eine hellbe Genichte. Hm, hm, hm. Ich springe den Tod. Und Jenna. Hm. Soll ich noch einen hochgehen? Ja, ich spiel mir okay. Ok. Okay. Jax auf Stufe 3 ist tödlich. Ok, ich roll jetzt, sonst komm ich da nämlich nicht mehr mit klar. Was haben die denn für ein Level? Hm. Hm. Boah, das war mein, das war mein Level 3 Weiger. Kriegen wir die auch noch auf Level 3? Hm. 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 GG